Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Licht kommt nicht aus der Lampen. Licht kommt aus dem Objekt, aus dem Set, aus dem Tag, aus dem Zeitraum. Das kreiert Licht, nicht aus der Lampen. Das Lampen sollte ich nicht verstehen. Als ihr klein wart, hat eure Mutter euch bisweilen ein Band ins Haar oder um den Arm gebunden. Seine weiße Farbe sollte euch an Unschuld und Reinheit erinnern. Was machst du denn? Bitte verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie. Du findest, dass es so, so viele andere manchen, um zu kreieren und zu sehen, dass die Nacht nicht blühen. Warum sollte man immer eine Grimm-Light von der Lampen haben. Es ist schrecklich. Wenn ich die Kontraste mit den Farben oder mit den Kandelern sehen, wir sehen nur Kandelern, wir sehen nicht Licht. Wir sehen nur Licht, wenn es ein Sub-Shakes gibt. Menschen sind unendlich, sie sind unendlich, aber wir sind unendlich, wir sind unendlich. Wir müssen uns nicht überraschieren, um die Liebe zu sagen, weil die Geschichte sehr schrecklich sind. Was wir tun, ist nicht wirklich ein Bouncing. Denn in Wahrscheinlichkeit, die reflektoren haben eine besondere Qualität und eine besondere Übersetzung. Das bedeutet, von Soft zu Hard, oder von Round zu Elliptik. Die Licht-Distribution und die Licht-Charakteristik sind durch den reflektoren. Die Licht-Source, unsere Lampen, ist nichts als eine Imitation von Daylight. Das bedeutet, um die Qualität der reflektoren zu bestellen, braucht man parallelen Licht-Beams, wie Daylight. Und der Diameter von 70 cm ist, in fact, notwendig, weil diese Licht-Source ist wie ein Wasser, wo ich Wasser ausfüllen und Licht ausfüllen. So, um ein Platz für mehrere reflektoren, braucht man diese Größe. Diese Lampen ist, natürlich, zu groß, wenn man in einem kleinen Raum ist. Also, Dedo-Weigert war, Dedo-Weigert war jetzt die 400-Serie, mit einem speziellen Lens, das ist ziemlich gut. Das Effekt, wie Sie hier sehen, kommt aus dem Dedo-Light, und das kommt aus dem Bani-Beam. Aber diese Licht-Source ist ein Platz höher. Das ist, ich glaube, 7 m. hoch, auf der Straße. Und reflektoren vor dem Wind. Vor dem Wind. Das ist eine sehr komplexe Taktik, wenn ich so sagen kann. Auch in der Studie, wir arbeiten die gleiche Taktik. Und die große Vorteile ist, dass wenn ich nach der Licht oder nach der Wind, dann wird es nicht so schnell verbreitet. Oder wenn ich eine weiße Taktik habe, dann wird es nicht verbreitet. Denn die Licht-Source ist nicht hier, 2 m. von meiner Distanz, die reflektoren in der Wind. Es ist 14 m. entfernt. Die Virtual Light-Source ist 14 m. in dieser Richtung. Das bedeutet, die 7 m. von der Lamp hier. Und hier. Das ist das Geheimnis, warum Sie diese gute Qualität haben, sogar auf der Haut. Oder Sie haben eine klare Struktur. Und clean Schäden. Mit einem normalen Spotlight oder Lamp, Sie brauchen viele extra Tools, um das Licht zu modulieren, die von dieser Lamp entstehen. Das bedeutet, um die Schäden zu schaffen. Das bedeutet, andere Tri-Bots, Sandbags, ein Frames, ein viel Material. Es wird sehr schnell verbreitet. Und das Set ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Und ich weiß das nicht mehr. Wir haben ein Maximum, ein kleines Ding hier, ein kleines Ding hier, Sehr schnell gemacht. Und sehr schnell verändert. Und sehr schnell verändert. In einer anderen Position. Whatever ist es, So, ich kann, ich bin nie da und sage, nein, es ist nicht möglich. Oder nur morgen. Oder was es nicht möglich. Never. Es ist nicht möglich. Und das ist sehr wichtig, es ist wichtig, zu gewinnen und zu gewinnen. zu gewinnen. Und zu gewinnen, für den Kameramen. Es ist nicht nur für die anderen. Es ist, für mich, eine neue Ästhetik. Die Liebe und die Liebe. Die Liebe und die Liebe. Die Liebe und die Liebe. Und das ist ein Spiel für mich. Und dann, ich habe mich gefragt, wo sie geplant sind. Manchmal sind sie auch noch mehr vereint. Aber man fühlt sich so aus, so aus, sehr, 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 sehr. Puhrennen, die erscheinen, die Einzelne war. um zu sehen, wo die Licht gelegt wurde. Ich habe angefangen mit einem Film mit einer Rettung mit einem Rettung und er hat die Licht gelegt, die für mich war, zwischen der Türkei und der Türkei. Ich sah diese kleine Sache, ich dachte, es ist eine kleine Kugel, die er hätte vergessen können, auf der Tisch. Nein, das war schon so, die Licht. Ja, sie fühlen sich mehr Rettung, sie fühlen sich weniger Bordern. Also, zum Beispiel, es ist nie ein Punkt, wo ich sage, du musst da sein, da sein oder da sein. Die Position, wir verlieren komplett. Denn, wenn es möglich ist, und ich versuche immer, zu erreichen, dann ist das ganze Set filmbar. Alle Direktionen sind möglich. Das gibt es Freiheit. Und der Akte kann, bereits während der Rehearsal, frei zu sagen, und sagen, ich fühle mich nicht gut hier, vielleicht sitze ich da oder da. Und während sie diskutieren, bin ich bereits adaptiert. Ich muss nicht sagen, stopp, zwei Stunden, wir müssen alles wieder verbinden. und sagen, du stehst an einem Verhängnis vor dem Scheibewerk. Das geht nicht um Musik, das geht um Krieg, um Untergang. und sagen, ich werde die Mobilisierung unserer Armee bewältigen. So einfach ist das. Sunlight, was man in einem Raum sieht, ist meistens reflektive Licht. Das ist nicht das Licht des Sonnen selbst. Es kommt in die Runde, und kommt ein Platz auf dem Boden. Und das ist es? Das ist es. Also, das Rest ist reflektiv. Ja. Wenn ein Platz ist stark, das wäre das Problem mit der Sunlight, dann gibt es verschiedene Reflektoren. Und das ist das Geheimnis. Und ich versuche nur das, dass ich nicht nur eine Bounce-Lite benutze, das ist nicht genug, denn ich definiere die Surface des Reflektors, und es gibt mir die Sicherheit, dass es genau diese und diese Qualität ist. Also, wenn ich eine Bounce-Lite benutze, das Licht-Beam geht in eine andere Richtung. Natürlich, von unten, aber auch von unten, aber auch von unten, also von unten, also von unten. Aber nicht nur, denn es gibt viele Reflektoren von der ganzen Raum. Except es ist eine Dark-Box. So, du benutzt eine andere Reflektoren? Vielleicht gibt es keine Probleme. Wenn ich die Raum so wie es ist, oder wenn es etwas zu schwer ist, dann würde ich eine kleine, sehr schwere, um ein bisschen in diese Richtung zu amplifieren. Okay. Aber das ist es. Die wichtigste Sache ist, dass dieser Platz auf dem Boden, nicht nur in diese Richtung, sondern auch in diese Richtung, sondern auch in diese Richtung. Das bedeutet, er transportiert die Farbe. Er nimmt die Farbe aus dem Boden und wird es auf meine Haut. Oder von hier, ich habe eine weiße Schicht, also wird es weiße. Oder ich habe eine Greenleaf, ein tree, dann wird es grün. Wir alle wissen das. Aber wir nehmen es nicht. Oder wir verstehen es nicht. Oder wir verstehen es nicht. Aber es sind nur natürliche Observations. Und dann kann ich das nutzen, es nicht nur natürliche, zu sein, zu einem naturalistischen Licht. Es ist nur die Basis. Wenn ich verstehe, die Weise die Licht nimmt, dann kann ich es. Wenn ich es respektive, was die Licht macht, dann kann ich es. mit dem Abend. Meine Name ist Dana, und sie wird nur die Behandlung bekommen, wenn man... Der erste Film, den ich in dem Beginn sogar secretlich benutzt habe, Michael Haneke, der Pianist, La Pianist, mit Isabel Hubert. Es war lustig, aber ich habe es nur in kleinen Teilen benutzt, nicht der ganze Film. Es war der erste Test für mich, um zu sehen, wie es funktioniert, wie ich es benutze. Und natürlich, Haneke sah das. Nach zwei Stunden, er hat sich gedacht, das ist etwas anderes. Du hast keine Experiment mit meinen Filmen gemacht, aber er mag das System. Und ich habe es dann benutzt, das war 2001, in all meine Filme. Und es wäre schrecklich, wenn ich zurück in ein normaler Set gehe, ich fühle mich, wie ich eine Steam-Maschine hätte. Es wäre ein bisschen zu sehen, ich würde würde mich, ich würde mich aufpassen, dass ich da bin. Ja, das war es so. Ich würde mich aufpassen, wenn ich mich nicht unter&derritte einlef' und dann wäre es hier noch nicht. Ich würde mich nicht unter&derritte einladen, Es wäre mir schrecklich, wo ich es euch nicht mehr kiffe, wenn ich mich nicht mehr kiffe. Vielen Dank.